Und weiter geht es mit einer besonders knusprigen Folge Lord of the Rings Return to Moriah und wir haben hier schon unser kleines Lager aufgebaut. Ich habe schon mal das Bett gebaut, weil ich nicht sicher war mit dem Speichern, aber es hat alles funktioniert. Es hat alles funktioniert, also wir sollen jetzt auf jeden Fall kochen einen Braten auf der Feuerstelle. Ich würde sagen, das machen wir mal, aber ich habe leider gesehen, dass wir die hier weghauen müssen. Mahlzeit bereit. Ich schaue nochmal kurz, also ich könnte ein Braten machen. Ja, ich brauche Platz. Gut, dann haue ich mir einfach alles mal rein. Schade, dass ich das nicht ins Inventar nehmen kann. Oder wir müssen auch einen weiteren Tisch dran hauen. Das kann natürlich auch sein. Gut. Dann wird der Braten gebraten. Wir müssen Eisen sammeln. Und wir haben dieses Baumenü hier. Feuerstelle, warte mal, wäre das genau dieselbe? Nee. Die hier aber. Ah, okay, ich verstehe. Können wir jetzt überall bauen oder nur in diesem Bereich hier? Oder kriegen wir noch mehr Lager? Ich weiß es nicht. Warte, wir könnten ein Steinlager machen, Kohlelager, Holzlager. Und eine Truhe. Brauche ich aber Holz für. Ich würde sagen, ich mache mal Steinlager. Das hauen wir einfach mal hier direkt daneben. Okay, warum will der jetzt hier nicht? Hallo? Kann ich das doch irgendwie, warte mal. Ich kann erhöhen. Okay, das wollen wir nicht. Aha, okay. Ich kann den hier machen. Und drehen. Ich würde sagen, hauen wir direkt daneben. Hallo? Hingeblieben. Das ist mein ganzer Stein. Nee. Wie kann ich denn jetzt hier was drauflagern? Stein erhalten. Ach so, aha. Das ist cool. So, meine Kohle auch hier drauf. Das können wir mal naschen. Müssen wir auch. Obwohl wir voll sind. So ist das Leben. Gut. Was sollen wir das nächste machen? Erweitere das Lager. Oh, nee. Sagt nicht, ich muss das jetzt erst bauen. Aha. Bau eine Lagertruhe. Ich brauche Holz. Ähm, ja. Ich habe leider mein ganzes Holz verschwendet gehabt, weil ich Kohle hergestellt habe. Aber ich glaube, das sollte kein Problem sein, weil wir hier so Kram jetzt da hauen können. Und dann kriegen wir ja auch Holz raus. Ja, nur nicht so viel. Naja. Würde schon irgendwie gut gehen. Danke für dein Fleisch. Und die gute alte Axt. Kann ich die nicht echt irgendwie reparieren? Warte mal, wenn ich jetzt hier drauf drücke. Schieben, nehmen, Inventar schließen. Herstellen. Ich sehe nichts von Reparatur. Vielleicht an der Schmiede oder so später. Keine Ahnung. Jetzt gerade sehe ich es aber auf jeden Fall nicht. Ja gut. Ja gut. Renn weg. Aber das Licht ist irgendwie manchmal ein bisschen seltsam, ne? Was ist das hier? Was ist das hier? Ein Brauttank. Wow. Das heißt, wir müssen unser Dater, müssen wir hier aufstellen. Haben wir keine andere Wahl? Ich denke, hier ist genug mittlerweile für die Truhe. Warte mal, wo ist sie? Zwei Holz noch. Der Fackel, das Licht ist irgendwie... Wenn wir stehen bleiben, ist gut, aber beim Laufen... Das ist verdammt komisch. Na gut. Zum Glück habe ich... Oh. Hier ist nochmal Eisen. Und auch Holz. Perfekt. Ich habe zwei Holz bekommen. Dann schnell rein hier. Okay. Kiste, Kiste, Kiste. Soll ich die einfach hier in die Ecke stellen? Ich weiß nicht, ob ich da so gut drankomme. Ich könnte auch noch eine Etage nach oben bauen eigentlich. Minder mit den Platten. Rein theoretisch. Ich würde sagen... So ist die richtig rum. Ich stelle es mal einfach in die Ecke hier. Wird schon passen. So, was brauchen wir jetzt? Finde Eisen. Das sollte hier kein Problem darstellen. Fackel. Warte mal, den wollte ich auch rauswerfen hier. Äh, Fackel. Jetzt habe ich kein Holz, ne? Und das hier? Wurflicht. Aha. Ich brauche Holz. Oh, was sind denn da hinten? Äh, nee. Ach, jetzt hebe ich es wieder auf. Jetzt hebe ich es einfach wieder auf. Ja, Rucksack. Aha, das heißt, später haben wir nochmal mehr Platz, oder wie? Ist das hier Holz? Nee, sieht nach Stein aus, ne? Wie komme ich jetzt schnell an Holz? Hier drüben? Ja. Weil die Fackel brauche ich schon. Ich hoffe, wir kommen in Zukunft schneller an Holz. Nee, das wurft licht nicht. Die Fackel bitte. So, und rüber. Ach, warte. Guck mal hier. Wer damit? Das nehme ich doch gerne mit. So, also. Goblin? Bork? Äh, was? Die beobachten mich, ne? Ich werde beobachtet. Das ist nicht gut. Das ist kein gutes Zeichen. Äh, warte mal. Wir können ja hier... Bodenfliesen. Steinboden. Nee, das war es nicht. Die hier. Ob so ein Ding sollten wir uns hier hinhauen? Damit wir ordentlich arbeiten können. Ich glaube, wir werden beobachtet, Leute. Ob das schlecht ist? Achso. Ich singe. Ich dachte schon... Ist mir irgendjemand im Nacken oder so? Ah, der ist glücklich. Alter, ist das cool. Irgendwie ist das richtig cool. Ich würde sagen, ich baue mal alles ab, oder? Wir werden ebens schon mehr als genug brauchen. Also mehr als genug. Wie weiß ich, was ich meine. Wir werden definitiv sehr viel brauchen. So rum. Ich muss das auch einsammeln oder habe ich es automatisch im Inventar? Ich tippe mal auf... Was habe ich da gemacht? Holz verschlagen. Achso, ich bin voll. Das ist natürlich nicht so cool. Hier wäre noch Holz. Wo geht es denn hier hoch überhaupt? Ich muss das hier einfach zerschlagen. Also hier oben sich jetzt nichts interessantes. Wir könnten hier was bauen rein theoretisch. Durin's Bein ist gone. Right? Maybe we'll find its bones. One day. Okay. So. Dann gehe ich erst mal abgeben. Was für ein Geräusch? War das die Fackel oder war das irgendwas anderes? So. Stelle ein Eisenbachern her. Warum steht hier eine Eins? Könnt ihr was zu essen machen, ne? Blöde Pilze. Also ich will erst mal hier Kram einlagern. Könnte ich auch rechtsklick machen, direkt. Aha, so. Gut, ich glaube das ist Kram. Den sollten wir hier direkt drin lagern. Bisschen will ich behalten hiervon. Steine können wir weghauen. Stopp. Auch erst mal rein und Pilze rein. Äh. Achso. Ach. Hier unten ist Eisen drin. Ich wollte schon sagen, wo ist mein Eisen? So, hauen wir jetzt erstmal alles so rein. Okay. Dann schmelzen wir mal. Keine Kohle. Muss keine Kohle rein. Dann fügen wir mal einfach alles hinzu. Brennstoff, hab ich jetzt mein Holz reingehauen? Nee, ne? Gut, hier müssen wir jetzt warten. Ich würde sagen, in der Zwischenzeit gehe ich nochmal ein bisschen was ernten. Da hinten. Die sehen nicht so nett aus. Ich sammle nochmal ganz kurz ein. So viel Zeit sollte sein. Komm ich aber auch oben dran. Ich könnte es so mit... Mit so ein paar Sprüngen machen. Obwohl, wir können hier hoch. Cool, dass er einfach so sinkt da, ne? Ich habe mich vorhin erst gewundert, ey. Irgendwie witzig. Okay, ich würde es sagen. Ja, knall hier nochmal rein. Komm. Da unten ist nochmal Eisen. Ich würde sagen, das passt auch schon. Mein Eisen sollte jetzt auf jeden Fall ready sein. Und dann schauen wir... Sind das schon wieder? Sind das... Orkse... Das sind diesmal Orks, ne? Wann das Orks? Die hauen auf jeden Fall noch ab. Also gut für mich noch, ne? Die kundschaften mich anscheinend aus. So, dann sammle ich die schon mal ein. Dann kann ich mir bestimmt irgendwas... ...cooles machen. Reparaturstation. Aha. Aha. Das ist aber wieder eine Schmiede. Schmiede. Ja, das passt doch perfekt. Wir haben genau drei. Jetzt soll ich mir mal ein paar Fackeln bauen, oder? Oh, Eisenhammer, Schild. Wow. Und ein Schwert. Das ist cool. Warte mal, die können wir doch direkt hier reinhauen. So. Was brauchen wir denn hierfür? Also wir brauchen drei. Hautfetzen. Den Schlüssel. Guck mal, den können wir schon machen. Kohle hinzufügen. Habe ich Kohle? Oder nimmt das direkt hier raus? Ach so. Der hat das... Aha. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Das ist gut. Also mein Lager... ...faktioniert sofort mit meinem... ...Inventar zusammen. Das ist ganz nice. Äh... ...herstellen. Dann schauen wir mal, was in der Truhe drin ist. Aha. Oh. Äh... Wollte ich eigentlich gar nicht essen, aber... ...komm alles nehmen. Können wir die auch benutzen, die Truhe zum Lagern. Aber meine ist größer, ne? Ich würde sagen, die Münzen... ...äh... ...hin rüber. Mal so. behalte ich erst mal. Dann kann die Kohle hier nochmal drauf. So. Okay. Also. Ich brauche ein Hautfetzen. Und noch ein Holzstück. Warte mal. Da unten war noch Rezeptliste. Aha. Äh... ...muss ich das erstmal irgendwie lernen... ...oder kommt was mit der Zeit? Jetzt gelesen, markieren. Ach so, den kann ich hier machen. Hammer. Ah, okay. Reparaturs Hammer. Okay, ich brauche Holz. Ich brauche unbedingt ein bisschen Holz. Wir haben Holzmangel. Nachbrüche ein. Äh, super. Äh... Was war das? Das hat sich nicht gut angehört. Kommt das immer oder war das gerade irgendjemand? So. Ich sammle mal direkt ein bisschen mehr. Ich hoffe, dass wir bald irgendwie nach draußen kommen... ...und dann Bäume fällen können, weil hier... ...das ist, glaube ich, ein bisschen... ...blöd. Ach, hier ist noch... ...woll zum Rumliegen anscheinend. Gut. Das passt doch schon mal. Dann mache ich mir erstmal mein Schwert. Dann können wir die Axt auch wirklich nur zum Abbauern benutzen. Und da hinten ist ein Suchgebiet. Und das ist eine Axt. Vielleicht Bäume. Gleich etwas frische Luft. Wer weiß. Hautfetzen. Ah ja, klar. So, ein Schild kann ich mir herstellen. Ich brauche ein Hautfetzen. Das kriege ich bestimmt bei den Viechern da hinten. Okay. Den Hammer könnte ich ja auch schon mal machen. Ich glaube, den können wir aber hier lassen, ne? Eigentlich das Harz oder... Ne, Zitrin. Aha. So. Der Kram kann hier bleiben. Lass den mich mal so mit. Äh... Schild natürlich mitnehmen. Blocken. Aha. Richtigen Moment. Dann kann ich ihn ins Taumeln bringen. Interessant. Interessant. Oh. Wow. Es ist hier dunkel. Ah, kommt her. Ach, ich kann so einen Sturmangriff machen. Hautfetzen. Perfekt. Genau das, was ich gerade brauche. Es kommt wie gerufen. Passt das auch so mit der Truhe ab? Perfekt. Guck mal, alles, was in der Truhe ist. Sehr geil. So gefällt mir das. Gut, dann habe ich jetzt mein Schwert. Dann würde ich sagen, ordnen wir das mal ein bisschen um. So in diesem Stil. Den Hammer brauche ich dann eigentlich nicht, ne? Den können wir, glaube ich, hier lassen. Gleich. Wie sieht es mit Essen? Leben aus? Eigentlich in Ordnung. Kann ich noch irgendwas schmieden? Sieht nicht danach aus. Schwarzer Diamant. Warte mal, kann ich irgendwas bauen? Also hier, wir könnten uns auch einfache Türen und sowas bauen, ne? Warte mal, wie sieht es denn aus? Kann ich das einfach so setzen? Könnte ich das hier zumachen eigentlich, ne? Ah, schaut euch das mal an. Ich glaube, das ist nicht mal verkehrt, das zu machen. Und fackeln. Äh, äh, ich mache mir erstmal einen Türrahmen. Ja. Also es ist geil, das ist geil, dass es direkt miteinander einsnapt, sogar. Äh, fackeln. Ich habe doch irgendwo Grundlagen, glaube ich, ne? Pudellager, zack, zack, zack. Feuer stellen. Feuer stellen. Aha, hier Standfackeln und Wandfackeln. Würde ich ganz gerne hier drin haben. Ja. Und dann eine Standfackel hier hin, vielleicht. Okay, dann habe ich schon mal ein bisschen mehr Licht. Die Tür wäre auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Schmelzofen, Schmiede, was war das gerade? Du, Ork-Filt, ich erzähle dir, Dane. Hätte ich angegriffen. Oh, wow. Ja. Gut, dass ich eben ein Schwert fertig habe, ne? Sicher leider noch nicht so viel. Oh, 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 oh. Jaja, bleib mal schön hier. Uh, linke Ratte. Alles klar. Wir wurden einfach angegriffen, deswegen, ich baue mir schnell die... Na, super, ich habe kein Holz. Ähm, ja. Dazu brauche ich noch, ob ich nicht viel sagen. So, wie sieht es mit dem Inventar aus? Okay, Schwermetall, bababam. Reparaturstation würde ich ganz gerne haben. Falsches Menü. So. Wo stelle ich mir das jetzt hin? Warte, reist hier hin? Mein Optik würde es passen, ne? Machen einfach mal. So, reparieren. Okay, dann sind wir ready. Ich würde sagen, sollte ich schlafen gehen? Und was ist oben rechts? Was ist für ein Symbol hier oben? Habe ich irgendwie Erfahrung? Warte mal, ich muss nochmal hier durchgehen. Also hier sind meine Ziele, also Missionen und sowas, klar. Anhang, Karte. Hier habe ich Handwerk. Logisch. Sperrrucksack. Ich könnte mir noch einen machen, aber... Ich habe den ja auf, ne? Hier sind meine Grundlagen. Ich schaue nochmal ganz kurz, dass hier... Das hier... Bescheidener Schatz. Aha. Herstelle... Zack, zack, zack. Hiervon brauche ich ein paar mehr. Hier sind da die ganzen Lager. Hier sind Gebäude. Und hier ist nur mein Inventar. Gut. Vielleicht kann ich irgendwann später was damit anfangen. Ich lege mich mal hin. Dann ist das allgemein auch ein bisschen heller hier. Ja, schon besser. Und hier oben kommt auch Licht rein. Das ist doch schön. Acke ist auch ready. Okay. Ich sehe hier leider sehr schlecht. Ein Musnakhan zu einer Familie von alten. Ich werde die misslichen Figuren zurückkommen. Höhne sie. Aha. Aber da hinten ist ein Suchgebiet. Soll ich erstmal ins Suchgebiet? Ich sehe so schlecht, Leute. Das muss man leider sagen, aber ich will mal. Ich will mein Schild jetzt nicht. Mein Schild jetzt nicht wegpacken. Aber mit dem Fackel ist schon besser, ne? Also hier hätten wir nochmal Eisen. Das ist immer ganz gut zu wissen. Ein Stoff. Wo geht's denn hier hin? Das würde mich auf jeden Fall über Holz freuen. Aha. Sehr schön. Noch ein Zwergenleichnam. Und eine Axt. Achso. Ich wollte schon sagen, ich kriege jetzt eine Axt. Ich habe mich schon gefreut. Ich dachte schon, ich bekomme jetzt die ultra dicke Axt oder so. Was ist das hier? Normalen Durchgang, ne? Ich könnte mich hier durchbuddeln. Aber wo kommt man da raus? Fragen über Fragen? Ich mache einfach mal. Kommen wir nach draußen? Warte mal. Hier geht es ja anscheinend weiter. War da hier schon zu Ende oder kann man sich hier auch durchbuddeln? Hier kann man sich auch durchbuddeln. Da habe ich die Qual der Wahl, ne? Eisenhammer. Und Steine. War hier nicht vorhin ein Vieh? Da brauche ich mir ganz kurz mal Steine hier raus. Dann bauen wir die Statue auf. Weil irgendwas passiert da bestimmt. Ach, Eisenhammer. Ah, den habe ich in der Base. Gut, muss ich mir merken. Hier geht es zur Hauptmission oder wie? Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Ich lasse mich überraschen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich zuerst lang gehen soll. Ist da hinten jemand? Suchgebiet. Ach, hier ist das Suchgebiet. Ne. Wir könnten hier durchbuddeln. Dann haue ich die beiden mal ganz kurz weg. Wo ist denn der andere? Okay, das ging schnell. Ne, das will ich nicht. Ich hoffe, der lässt mich auch mal gut. Ey, hier gibt es überall so viele Abzweigungen und so, ne? Ich würde immer ganz gerne alles sehen. Aber ich hoffe, wir müssen das systematisch irgendwie ein bisschen abarbeiten. Und da hinten leuchtet irgendwas. Stücke von Torens Axt. Ah. Das klingt gut, aber hier sieht es etwas gefährlich aus. Das ist auf jeden Fall auch Holz. Ich könnte hier alles auseinander nehmen. Aber ob das jetzt so Sinn ergibt, glaube ich eher weniger. Können wir hier einmal so gegenschlagen. Geht hier relativ schnell kaputt. Auch Bäume. Ich wehre für Bäume. Und hier, warte mal, hier haben wir doch was. So eine Statue. Und hier haben wir einen Teil der Axt. Alter, wie es euch freut. Warte mal. Uh, geil. Ein Holzlager. Einfach mal ein Holzlager gefunden. Das ist mega. Das hat sich doch gelohnt. Was, wenn ich den jetzt zerschlage? Aha. Sogar Eisen drin. Okay, Kisten lohnen sich. Und ich bin fast voll. Ach guck mal, ich muss auch was essen. Brauche ich mir die jetzt mal alle rein. So. Ähm, ja. Da sind ein paar Kollegen. Ich schaue mich trotzdem jetzt erstmal nochmal ganz kurz um. Was ist das hier? Malerstein oder das ist Kohle? Ah, okay. Okay. Okay, ich brauche eine neue Fackel. Ah, 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 ah. Gut, chill brauche ich jetzt nicht in Not gedrungen. Das kriegen wir gerade ganz gut hin. Würde ich mal sagen. Das läuft doch gut. Wir haben jede Menge Holz. Sehr geil. Und hier hochklettern. Könnte mich hier hochbauen. Was ist hier was? Das machen wir mal ganz kurz. Hier gerade ist er. Komm, alter Mann. Das ist hier irgendwas Gutes. Doch fetzen. Das sind Samen. Ach, guck mal. Hier könnte ich was einpflanzen. Was, wenn ich das weghaule? Krieg ich an Erde? Ne. Okay, es ist sehr viel Kram. Ist echt verdammt viel Kram, Leute. Schnittlochsamen. Ich brauche eine größere Tasche. Ich brauche irgendwie eine größere Tasche. Minzsamen. Boah, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt heißt es aussortieren. Minzsamen, weiße Bohnensamen. Ja, ja gut. Ja, lassen wir liegen. Komm, sag erst mal Holz und so. Alles klar. Pflanzen. Wir könnten pflanzen. Ob das hier so Sinn macht. Wir können das Gebiet hier auch einnehmen, ne? Wird das später zu unserem Gebiet? Macht das Sinn? Kommt mal her. Ja, komm, ich schlage einfach so drauf. Ohne Blocken, ohne irgendwas. Okay, lass mich in Ruhe. Gehen wir nochmal Eisen. Äh, warte mal. Achso, das war's mit der Axt. Ich möchte mal ganz kurz schauen. Da würde es auch wieder weiter gehen, ne? Älter ist das hier riesig. Ich spicke mal nur ganz kurz durch. Oh, ich höre Wasser. Ja, dann schauen wir mal kurz. Ja, dann schauen wir mal kurz. Dann schauen wir doch mal kurz. Ah, guck mal, hier ist der Ausgang. Was ist da hinten? Zur Hochstraße. Nachricht gekündigt. Auf Perfeil des Königs Dordine. Ist der Bereich, der, äh, an... ...versagt. Aha. Was ist hier? Das Hauptzeichen. Mhm, die Magie der Elben ist stark hier. Äh, so, aha. Gandalf. Oh. Eine Nachricht von Gandalf. Kann ich jetzt einfach zerhauen? Das muss ich jetzt kurz rausfinden. Wahrscheinlich ja, ne? Oder ich brauche eine bessere Axt. Vielleicht, die wir vorhin gesammelt haben. Gut, ich glaube, wir sollen hier noch nicht durch. Leute. Ich würde sagen, das war es auch erstmal mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao. 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 Ciao.